So, die kriege ich sogar noch rein. Oh, 45er Monat hast du auch schon. Mhm. Oh, Pewie freut sogar. Wie mal da immer so schön ankündigt. Ah, das wär da und das wär da. Und alles wird in der Nase weggeschnappt. Aber wie viel Wette leiser liegt denn hier rum? Salz, ein Acht? Nimm das Ding mit, was immer das... Sind das ja Batterie oder das? Machen wir nicht. Batterie hab ich aber schon eine drin. Ah, Ground Coffee. Ich krieg den Ground Coffee hier nicht mehr rein. Ach, egal. Ja, das schaut doch so aus. Ich weiß nicht, wer gestern Abend war irgendeiner in Cranberry unterwegs und hat gesagt, da war überhaupt nichts los hier. Offroad Headlights? Brauchen wir die? Ich glaub, das einzige, was noch fehlt, oder? Zum Auto. Was? Offroad Headlights, oder? Ähm, ich hab einen Offroad Turbo. Ja, jetzt haben wir einen kompletten Offroader zusammen. Genau, das muss ich nur so einfinden, weil das sind genau vier Sitzplätze am Offroader. Wär natürlich geil. Cool wär schon. Wir könnten ja außen rumlaufen. Ja. Weiß jemand, ob hier irgendwo einer spawnt von denen? Dann lauf mal dahin. Äh, bei der Kirche spawnt einer. Ansonsten weiß ich, kenne ich die Spawmpunkte hier nicht. Dann wollen wir jetzt mal in der Kirche nochmal gucken. War das jetzt ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie. Puh. Dann sollte aber vielleicht jemand die Teile haben. Einer alle Teile haben. Nichts, dass wir dann... MG, glaub ich, hat alle, oder? Ja, wir haben einen Teil jetzt. Ja, genau. Warte, ich werf die Waffen hier raus. Drop. Äh, geh mal rein ins Gebäude. Genau. Da raus, das ist voll ordentlich gefahren. Äh, ich hab jetzt die zwei Waffen hier rausgeworfen. Ja, wie kann ich dann nehmen? Warte, ich leg dir hier den... ...Erdleitz in die Tür. Dann nehmen wir die Waffen. So, ich hab sie, ich hab sie. Komm, Zombie. Oh, schieß einfach mal vorbei, weil er zuhaut. Oh, der lässt auch noch einen Loot-Sack fallen. Alter, was der hat! Oh, leck mich am Arsch. Geh mal weg hier, ich will hier raus. Hast du... Habt ihr alle draus geholt? Nee, nee. Ich hab schon mal reingefuckt, aber wir konnten nicht wirklich genau sehen, was alles drin ist. Da ist wirklich viel drin. Aber nichts gehört. Ja, der Scheiß. Das ist außer dem Gound Café. Ja. Soll ich jetzt wirklich zur Ding durchlaufen und gucken, ob ein Aufforderung steht? Hallo? Ja, wollen wir hin? Ja, gut, dann lauf ich schon mal vor. Komm mit, komm mit, komm mit. So, bin eh schon so gut wie an der Kirche. Hier steht... Bin ich jetzt hier alleine? Auto? Nee, mit dem Bein. Alex, komm hier rüber. Ich bin hier rüben unter dem Haus. Kaputtes Auto, kaputtes Auto, kaputtes Auto. Oh, da sind welche, oder seid ihr da? Wo, 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 wo? Das sind wir, bei den Häusern sind wir. Oh, Alter. Wir sind im Hochhaus, unten drin. Ja. Dann sag doch, dass er hinterher läuft. Oh, hab ich mich verjagt. Alex, wo bist du hin? Ich renne hinten zu den Parkplätzen durch. Ich renne hinten zu den Parkplätzen durch. Lass mal hier rüber schauen. Lauf da nicht so durch das Feuer, durch den Feuerschein. Wo seid ihr jetzt hin? Dann können wir jetzt entweder, äh, da ist ein Zombie da drüben. Ja, von hier kommen wir ja nach Hause. Ich, ich komme über die Straße, äh, zu einer Tanke. Wo seid ihr? Zu einer brennenden Mülltonne. Zu einer Tanke? Das ist natürlich jetzt blöd. Wo ist Tanke? Äh. Ja, ich weiß, welcher meint. Äh, bist du... Ja, ich gebe, ich gebe euch nur Sachen an. Nicht, dass ihr mich erschießen wollt, ne? Ja, bei der Tanke. Ich komme zu der Kirche. Ja. Wo seid ihr? Äh, rechts von der Kirche. Bei den zwei Hochhäusern. Je nachdem, wo du herkommst... Okay, ich sehe... Ich sehe die Hochhäuser. Rechts jetzt, rechts. Ich spring mal. Ja, rechts, ja. Seht ihr mich? Rechts, rechts. Ja, ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. Ja, Kombi. Okay. Auf Vorderstand keiner rum. Ich habe auch keine... Nicht wirklich welche gesehen. Also, das ist echt blöd. Wow. Naja, egal. Wäre halt schön gewesen. Okay, weiter. Heimwärts. Wäre ich mal stark dafür. Also hier war geradeaus, oder? Eigentlich schon. Wir können ja wieder Jesus spielen. Einfach mal sprinten, oder? Na. Wenn du oben links leichte Wasserturm ist, laufen wir richtig. Wo? Ja. Ja, ist links. Kommt ein Zombie? Aber hinten sind Häuser. Ach, das ist das Ding hier hinten. Das ist der Park wieder. Ja. Hups. Der ist hier. Der ist hier. So, boah. Cromberry ist immer aufregend. Aber das ist eine kleine Camp da, ne? Woher die hinten sind. Aber... Boah, da hinten ist dieses Camping Camp. Aber das, glaube ich, wird... ...flecht, oder? Ja, die Bohnenwagen hier unten können wir nochmal mitnehmen. Ja. Die können wir definitiv mitnehmen. Aber, um ehrlich zu sein, wir haben uns gut geschlagen in Cromberry. Kann man nichts sagen. Ich weiß noch nicht, wir sind noch nicht zu Hause. Ja, in Cromberry. In Cromberry haben wir uns gut geschlagen, ja. Da sind wir ja jetzt draußen. Also... Das waren wir vorhin noch nicht, gell? Scrap of Clothes. Einfach mal mitnehmen. Alles, was ich noch Platz habe, mal jetzt voll. Ich habe mein Tactical Flashlight übrigens schon wieder weggeworfen. Brauch mal auch nicht, dass der Hexen. Rieser Prupe. Ach, Kaffee und ne Knarre hier. Ach, ich könnte... Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte ein Repair-Kit hernehmen. Okay. Ja. Ich könnte beide hernehmen. So. Kaffee und ne Knarre. Absolut. Und? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt habe ich insgesamt mit der mitgenommene Pistole fünf Stück. So, okay. Dann hat sich... Ja, da ist noch eine Kiste. Ja, ich kann das mal holzen. So, hier ist ein... Das ist eine Hasenfalle. So. War... War eine Hasenfalle? Ja. Die habe ich kaputt gemacht. Wo müssen wir hin Richtung Wasserturm oder das? Ja. Ja, sind wir ja eh so gut wie daheim. Beim Wasserturm fühle ich mich schon heimisch. Ja. Also nochmal ein Auto. Direkt ein Schick oder die Straße? Direkter Weg oder Straße? Direkter Weg. Direkter Weg, ja. Weil da laufen uns... Ist die Gefahr nicht so groß. Also wenn jemand über den Weg läuft. Ja. Also auf geht's. Ja, hier liegt ein Lutsack. Lutsack. Hatte ich. Oh, 45er Mohn. So. Oh, 23er wäre besser. Ja. Auch die kleinen Fliegen muss man fressen. Da unten rechts sind auch nochmal Wohnwägen. Ja, da waren wir vorhin. Einfach schick jetzt hier am Berg ran. Zum Berg da drüben. Dann lass die Bären in Ruhe. Südost einfach laufen. Welche Bären? Die mit E oder die mit E? Die mit E. Die ja alle wieder sprintet hier. Weißt du? Ich will nach Hause. Ich hab zwei Hunting Rivals dabei. Ich hab meinen Soldalf Hült als Waffenbeauftragter. Ja, ich hab vier M19. Ist das okay? Wie der Zombie runterkullert. Nett. Okay. Herr Waffenbeauftragter. Schön, 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 schön. Also ich glaub, wir waren ziemlich erfolgreich. Gebe ich dir recht, wenn ich überleg, was wir an Waffen rumschleppen jetzt. Und A15. Das einzige, was wir nicht hatten, ist eine Shotgun. No. Ich sag ja auch eher in einer Polizeistation, dass die das bauen. Ja, gut, aber... Mehr in Läden unter den... Unterm Kassentresen, oder? Wo müssen wir hin, war da? Ja, so Südost einfach hier gerade aus. Also. Wollen wir auf die anderen zwei noch in den Worten? Ach, die komme schon. Ja, ja, wir wollten nur den Zombie töten. Und noch einer links. Gott, wenn wir einfach blind übers offene Feld laufen, gell? Ach, hier, guck. Was ist denn hier? Maler tötet einfach mal einen Zombie. Einfach nur eine Wood-X da lebt. Sonst nix. Wirklich? Ja. Ich kontrollier dich mal. Ja. Genehmigt. Das Riech schaut schon wieder aus wie ein Strauß. Du bist auch so ein Strauß. Ja. Jetzt einfach nur noch heimwärts und dann ist gut, ne? Ja. Oh, das ist dieser böse Berg. Wieso der böse Berg? Das ist auf der anderen Seite, das ist ein Lager. Ach so. Also ein Holzlager. Da gibt es nochmal Sachen. Ah, okay. Allerdings sind wir an dem Berg schon des Öfteren krepiert. Wie habt ihr das geschafft? Äh, erschossen worden. Erschossen worden. Entschuldigung. Da unten steht ein Auto. Ja. Entlooten sie das. So. Zum Essen haben wir echt wenig gefunden, muss man sagen. Ja. Das haben wir wirklich random gleich essen müssen. Der Hatchet liegt hier nicht mehr mit. Wo seid ihr denn jetzt? Auf dem Berg hoch. Ja, einfach grad hoch. Ach da, gut. Und da hinten ums Eck ist das Ding. Und da ist ein Spawnbereich für ein Ding übrigens, gell? Für ein Cheap. Okay. Hier hinten ums Eck. Warte mal. Wie du die ganzen Spawnbereiche weißt. Der Hüter kommt. Ich hab die Aktsbereit. Aus, Fifi. Jetzt ist er daut. Ja, einfach so weg ist. Ja, das passiert immer dann, wenn zwei oder drei Pfeile kurz untereinander einschlagen. Da hinten gibt es auf jeden Fall. Da habe ich letztes Mal ein Cheap gesehen. Wo ist ein Bayer? Da ist er. Hier, ich komme schon. Na, hier ist ein Hüter. Genau, die Hüter. Da startet auch ein Cheap rum. Nein. Beim letzten Mal. Mal nicht. Aber ein Zombie läuft da, ja. Ja, Zombies laufen auch überall rum. Können die Dinger in der Kaffee zu fahren? Nein, nicht essen, nein. Naja, im Voll. So. Ne M19 liegt hier und ein Arrow. Den Arrow nehme ich, die M14 nimmt die immer und anders. Ich habe keinen Platz mehr. Hier, beim Zombie. Hier. Bye, ja. Ja, ich habe hier zwei Pisten auch noch Zeug. Ja. 45er Wuhl und solche Sachen. Ach so. Ja, dann. Ja, dann. Da müssen wir mal liegen. Fertilizer? Fertilizer brauche ich jetzt auch nicht hier. Da liegt da noch einer. Ich muss ein paar Bären fressen. Ich verhungere hier gleich. Ich habe mal vier Fertilizer weggeschmissen für eine Piste. Ja. Da kommt schon wieder einer hoch. Ich darf heute nur sechs noch haben. Was? Zombie? Oh, der ist so an mir vorbeigelaufen. Noch mal Schwein gehabt. Der wollte... Ja, der wollte mich. Ist klar. Könnte mal jemand... Ich kann doch in Ruhe was essen. Könnt ihr mal bitte... Ich kann doch in Ruhe was essen. Mach den doch mal tot. Jetzt habe ich meinen Ex... Noch einer. Oh. Wohin. Können wir bitte mal weiter? Ja, lass uns mal weitergehen. Marder weiß wohin. Es leuchtet wie hier alles zu stark. Weil siehst du Richtung... West, Süd, West. Hast du einen Kompass? Ja, ne? West, Süd, West. Ja, da hinten. Aber das ist die falsche Richtung. Das ist die Tanke, da wo wir mit... Verrechsel waren. Allerwes war einfach runtergesprungen. Da musst du auch gut falsch haben, die G-Mann. Natürlich. Wo seid ihr denn? Ach, da unten. Pass auf, da ist ein Loch. Nicht, dass du da runterguckigst. Nö, nö. Ich sehe den Weg. Gut. Heute ist ja hell genug bei mir. Die Zombies nerven. Einfach im Allschritt heim. Einfach auf Plus. Ja, stimmt. Plus ist am chilligsten hier gerade. Ja, du darfst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da hinten ist die Brücke. Aha. Ach, dann kommen wir jetzt hinten rein ins Dorf. Wir kommen jetzt da bei der Tanke. Müssen wir reinkommen. Na, ich sehe es. Da oben steht was. Ist das ein Zombie? Der da im Wald steht. Vor dir? Mg. Ja. Oder? Das ist ein Zombie. Ich habe keinen Zombie gesehen. Da steht einer, ja. Rechts steht einer. Ich bin jetzt mal die Knarre, weil jetzt wird es wieder gefährlich hier bei den Häuschen. Da könnte aber auch ein Auto sparen, wenn man so kann. Ja, aber die paar Meter brauchen wir dann nicht unbedingt ein Auto. Ja, aber mit mir tun wir es trotzdem. Ja, natürlich. Ich wäre halt gnadenlos für einen Offroader. Ich muss mir mal eben ein paar Pfeile laufen. Wir haben einen Laufen. Ich bin gerade geblitzt. Und der wem laufe ich da jetzt eigentlich her? Ich bin ein bisschen weiter links von euch. Ich bin komplett in der Pampere jetzt. Ach so, seid ihr denn überhaupt? Ich sehe ein Gebäude. Ich bin an der Straße schon, shit. Das ist eine Seite oben, ich bin auf der anderen Seite noch. So, ich muss mir noch ein paar Pfeile machen. Da oben steht jemand rum. Ja, bin ich. Hüpf mal. Ja, gut. Ich hüpfe mal. Von dem Auto her ist er hier vorne oder er hinten an den Häusern? Ah, hinten beim Blauen. Sehen wir wieder beim Blauen. Direkt neben Blauen. Und da ist kein... Dieses kurze Stück zur Basis können wir auch noch gehen. Ja, aber trotzdem. Noch ein Auto wäre geil. Haben wir ja erst zwei. Bei einer Großoffensive brauchen wir schon vier Autos oder so. Ja, wir haben ja die Viersitzer verloren gestern. Na, und da vorne steht auch keins. Schade. Na ja. Seid ihr die andere Richtung gelaufen? Ich glaube, links dran. Ja. Ja, okay. Wir laufen mitten durch. Ja. Ein bisschen verteilt ist ja auch nicht verkehrt. Nicht, dass sie gleich unsere Truppenstärke wissen, die Gegner. Ich hab 3.08er Munition da eben noch schnell mitgenommen. Ja. Geben wir hier noch schnell in den Tank rein? Die, die noch leer sind, können ja noch ein bisschen hier in der Tanke looten. So ist ja nicht. Kommt mir jemand mit in die Tank oder ich würde da jetzt ungern alleine rein? Ne, da komm mit, weil ich bin auch voll. Also ich kann nichts mehr mitnehmen. Na, ich bin voll, da kommt ein Wolf. Ach, halt jetzt einfach rüber über die Straße, oder? Ja. Und hab gleich den erstbesten Wolf angegriffen. Mich hat der erstebeste Wolf angegriffen. Eher so rum. So, Bayer, bist du auch da? Ja, ja, ich bin schon vorbei. Und dir, glaube ich. Wieso läufst du einfach an mir vorbei? Oh, was ist das? Ich hab dich nicht gesehen. Tu egoistische Schwein, du. Hab dich nicht gesehen. Ich lauf jetzt in die Senke. Ich seh dich aber nicht. Da bin ich grad unten und er schießt gerade im Zombie. Ich seh keinen. Ah, ich hör dich. Er hat aber nichts. Ist ja schön. Ich hab dich jetzt schießen gehört, aber ich seh dich nicht. Naja, ich lauf den Hügel wieder hoch. Ich seh dich auch nicht. Ah, da hinten seh ich euch mal gelaufen. Oder, Marder? Ja. Ach, ich seh dich, Bayer. Ach, da drüben bist du, da oben. Mhm. Genau, hinter mir sind die anderen zwei. So, gut. Dann sind wir wieder... Ja, damit sind wir ja auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ja, ja, nicht nur der Folge. Das werden ein paar mehr. Falls da oben unsere liebenswerten Franzosen rumdümpeln. Hm, das glaub ich nicht. Das wär jetzt nur der Bruder. Ja, Quatsch. Die dümpeln nochmal nicht rum. Aber damit, ähm, abschiebe ich mich von dieser Folge. Ja, da bin ich mal dabei. Oh, okay. Und ciao. Oh, Zombie.